Oh, was haben wir denn hier, wundervolles Big Boy? Sag uns das doch mal. Oder was wir hier haben, ist Gianni Suave. Zusammen mit unserem lange vermissten, hochwertgeschätzten OG Chemo, Bruder. Ich freue mich auf jeden Fall. Dilemma ist, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es muss krass sein. O-Y-T-N-Double-X-L Einfach mal Quar mit reingebracht. Der ist wie ein Krott-Polter-Geist. Lässt mich aussehen wie ein Polter-Geist. Nike's immer clean as fuck. Sogar Meister Popper weiß. Ja, Bruder, auf das Mambaist-Hunde-Album sind wir nicht klargekommen. Falls ihr uns da noch nicht gekannt habt, empfehle ich euch ganz klar, gebt euch die 87 Stunden, auf die wir reagiert haben. Wir sind gerade ein bisschen zurückgeswitcht im Video, ja, zum Ende hin. Aber seht ihr diese zwei gut aussehenden Typen? Ah, ist unglaublich, oder? Free City Frank. Also, was will man mehr, oder? Lasst doch mal ehrlich sein. Adler-Augen-Optik-Darmstadt, Atelier Schmidt, Hamza und Klub-Michel. Und Michel, Michel. Aber Adler-Augen-Optik-Darmstadt beweist halt auch Hartheier mit dem Namen. Ja, aber ich finde auch, ähm, die Namen im Zusammenspiel, Adler-Augen und Darmstadt, finde ich spannend, Alter. Und er ist ganz schlecht und ganz flach von mir, aber ich musste, das war gerade in meinem Kopf los. Ich habe gerade überlegt, soll ich oder soll ich nicht? Ich habe es, ich habe es getan. You just don't give a fuck. Nee, warum denn auch, ne? Also, komm, das sind einfach so schlechte Dad-Jokes, ich kann sie auspacken, ja. Also, Darmstadt geht doch immer irgendwie, oder? Ja, Darmstadt ist immer eine Reise. Das ist wie mit unserem Schweinfurt, ne? Oder unserem Poppenhausen. Kann man sich doch auch darüber freuen. Oder Wixenhausen, ne? Das sind alles Facts. Titting, fucking. Achso, Hamza schreibt gerade, Bars ist von The Listener aus Frankfurt. Stylist, okay. Ja, gut zu wissen. Danke, dass wir aufgeklärt werden, auf jeden Fall durch dich. Wir küssen doch einfach deinen Kopf, Alter, suchst dir aus, alles, was du, alles, was du möchtest. Ja, für dich machen wir das. Wir sind im Start. Oh, was ist denn hier los? Übrigens, wir wurden von, unter den Kommentaren auf YouTube, Mr. Jordan 1, heißt er doch, glaube ich, ne? Ja, sehr lange. Herausgefordert, herausgefordert. Zu was? Ja, Basketball. Hatte. Ja, hatte. Punk-ass. Hätt ich jetzt? Er rasiert uns, so ungefähr, Kurzfassung davon. Schluss ist ja zwei Meter großen, springt noch. Wie alt ist er denn? Soll ich denn das wissen? Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ich dachte, du kannst was dazu sagen. Nee, ich kann nichts dazu sagen. Okay, schade. Schade. Aber er ist schon lange dabei. Ist egal, du kriegst trotzdem auf den Sack, Alter. Ja, es wird geklärt. Einfach Ankle-Breaker und danach bist du raus. Verletzungsbedingt ausgeschieden und dann... Ich mach's wie mit dir, ich poste ihn einfach ab. Das ist auf jeden Fall deine Stärke. Du bist Ben Wallace, nur mit weniger Sprungkraft. Einfach No-Fly-Song. Aber better footwork. Ist halt einfach eine No-Fly-Song bei dir. Nobody's flying. Du bist der Wall, Alter. Also, Gianni Suave, featuring OG Kimo. Bitteschön. Ich würde sagen, wir steigen bitte, bitte ein. Beste überhaupt. Und ich minimiere uns. Es wird ballern, Freunde. Es wird ekelhaft. Es wird ballern wird. Das ist geil. Die Streicher hinten dran. Aber warte, bis die Kick kommt. Schöne Sample. Ich kann das Geräusch nicht nachmachen. Richtig mit der schönen, sanften Stimme darüber geglitten. Ja, Mann. Und nochmal, weil es so schön war. Ich mag halt auch diesen 90s Video-Vibe. Das sind mit Kameraden alle schon rein, Cypher-mäßig rauf und alles nur in... Ich finde es immer nur fucking kreativ, was hier gerade passiert. Das ist richtig doch, Alter. Also, Baba Blanca war schon sehr kreativ. Das ist auch sehr, 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 sehr wild und sehr kreativ. Und auch vom Style anders. Auf der anderen Seite haben wir was anderes erwartet. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie könnte es anders sein? Auf keinen Fall. Ich liebe den Track, Alter. Das ist schon wieder sehr, sehr krass. Ich glaube, wenn hier ein Longplayer oder ein EP kommt, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht sind wir auch mittlerweile schon zuvor eingenommen. Und auch zu sehr in einem Hype-Train mit drin, weil wir alle Jungs zu krass abfeiern. Dass wir vielleicht Bullshit nicht erkennen. Nee, ist nicht so bei uns. Willkommene mit Qualität, ihr wisst doch Bescheid, ne? Nee, er rappt aus meiner Sicht nicht so monotoner Rap für den Beat genau passend. Das ist halt ein anderer Film. Das ist ein komplett anderer Sound. Das ist ein komplett anderer Filmsaun. Ich feier das. Ja, meine Jungs, wir sind Daydown. So viele Bags. Ich bin auf Schwanggurte. Find mich draußen in Frankfurt. Ja, Bruder, du bist aus Hamburg. Ich bin besser connected in Hamburg. Leon, schickpick ich von No Face. Ja, Bruder, du bist aus Hamburg. Ich bin besser connected in Hamburg. Hey, why not, ne? Kann man machen. Ich bin besser connected in Hamburg. Leon, schickpick ich von No Face. Viva la vida wie Coldplay. Mein Leben ist Dolph, dein ist okay. Du actst auf Insta. Ja, Wu, der Insta, Alter. Was ist denn hier los? Was ist hier los, Alter? She wanna fuck with the Wu. Aber die Perspektive ist auch krass, oder? Mit ihrem Steuerdruckst-T-Shirt. Auch der Winkel halt von der Kamera ist sick. Ich find die Entwicklung von Gianni Suave so krass. Er ist schon übel. Also dieser Film einfach jetzt bis hierhin, der kommt vielleicht anders. Muss ich dir vollkommen recht geben. Oder? Muss ich dir vollkommen recht geben. Jeans und Specki von Diesel. Pockets am Summ, das sind Biene. Der Mauer ist so lange wie Chile. Machst du das auf, roste Schiene. Bitch, ich bin ein bisschen sensibel. Ich brauch keine Post, ich brauch Liebe. Junge, ich preach wie im Bibel. Das tut mir leid, aber ich muss es sagen. Leute, bow down, der Goat ist zurück. Der Goat ist zurück? Aber wir müssen ihm nochmal geben. Wir müssen ihm nochmal geben, oder? Das Problem ist im Kopf, ich hab viele. So krass, Mox, führ dich auf wie Pop Smoke. Oh, Alter. Habt ihr das auf dem Schirm, wie sich der Beat einfach zu Kimo gerade verändert? Das ist halt auch geisteskrank. Untermalt seinen Flow nochmal ganz, ganz anders. Und Beat Bounce ganz, komplett anders los gerade. Und, in was für einem Auto sitzt du da gerade? Ich kenn das Modell nicht, aber ich weiß von was. Von der Civic. Ist das ein Civic? Ein Rücksitz von dem Civic. Ich glaube, es ist ein Civic. Also, wir werden es bestimmt gleich erfahren. Der Chat klärt uns auf, Bruder. Ich glaube, es ist ein Civic. Auf dem Küsentisch. So, wir sind die Pro's Team. Wir droppen wie der Dimes, wie die Wagner-Brüder. Spielen Frank zu und in den Titel mit. Droppen wie der Dimes, wie die Wagner-Brüder. So ist es nämlich. Verstehe? So könnte es aber aussehen, zumindest gerade der rechte Wagen, wie ein Scirocco. Wie ein Alter. Und ich weiß nicht, wie das Modell aus Zurück in die Zukunft heißt. Oh. Das ist genau der nächste Punkt. Also, ich glaube... Gott. Jetzt, jetzt, jetzt reden wir uns im Kopf und Kragen hier gerade. Bruder, der... Wie heißt... Mir fällt es gerade nicht ein. Ich finde ich in den Chat. Das hat noch keiner geschrieben, Alter. Knossi hat einen. Ein DeLorean. Ich habe einen gesehen. Ein DeLorean. Ein DeLorean. Du hast geguckt. Ja, ich habe natürlich geguckt. Mich interessiert es ja so. Weißt du jetzt aber, was das für ein Fahrzeug ist? Es ist kein Honda Civic, oder? Ich glaube, es ist ein Civic, aber ein Scirocco könnte auch sein. Leute, es ist doch kein Civic, oder? Also, komm, lass mal weitermachen. Jack. Jetlag. In Manila, ho. Ich kippe ein Jack. Und bin wieder lit. Geil. So. Das ist wieder lit. Jetlag. In Manila, ho. Ich kippe ein Jack. Dann und bin wieder lit. Backpack. Volle Lina. Noten Money Spread. Vor dem Mann vom Dealership. Betty sagt mir, sie ist vegan. Aber interessiert mich nicht, solange sie ein Ida ist. Smack ein Nigger aus der Snapback. Mach ein Track draus und verdiene mit. Bin im. Ja. Top Floor, Mestrel. Rockstar, so wie Osborne. Mit einem Vorschuss und Papel. Bad Bitch ist in Top Form. Schau, die sagt mich aus, so wie Sam. Top Dog, wie sein Pop. Die Bad Bitch ist in Top Form und ist ein VW, Alter. Entschuldigung. Ich habe kurz das Logo erkennen können, bin ich der Meinung. Das ist ein Scirocco. Ja, dann wird es der Scirocco sein, auf jeden Fall. Rockstar, so wie Osborne. Mit einem Vorschuss und Papel. Bad Bitch ist in Top Form. Schau, die sagt... Guck, guck, guck. Du hast absolut recht. Da kommt's. Du hast absolut recht. Das ist aber nur ein Scirocco. Das ist absolut recht. Habe ich es wieder gut gemacht, oder? Du hast absolut recht. Na, geil. So, auf zum Video. Ich schau, so wie Sam. Top Dog, diese Poppys, das ist meine Welt. Ja. Ja. Ach, geiler Bildaufschnitt, ey. Was steht auf der Hand? Ich kann es nicht lesen. Können wir das irgendwie vergrößern? Warte mal, kann ich da was machen? Ich geh mal kurz vor den Screen. Wir müssen ja wissen, was da steht, oder? Es ist safe ein Hinweis, Bruder. Lass es das Release-Datum sein. Die Welt. Ja, die Welt. Die Welt. In seiner Hand. Die Welt. In seiner Hand. Ey. Er hat die ganze Welt. In seiner Hand. Er hat die ganze Welt. In seiner Hand. Er hat die ganze Welt. In seiner Hand. Er hat die ganze Welt in der Hand. Das ist brav. Fuck. So, auf jeden Fall. Jetzt wissen wir Bescheid, ne? Sehr, sehr sick. Lass noch kurz auslaufen, warte. Bist du noch nicht ganz? Jetzt. So, der Funkvater Frank. Der Funkvater. Auch unfassbarer Genius. Ja, wenn wir es schon mal übertreiben wollen. Die Nelly. Yes, ja. So, auf jeden Fall krass. Von mir gibt es ein Dope-Business, ganz klar. Sound von Gianni wird immer innovativer. Und die Bars von Kimus. Ich weiß nicht, da glaube ich mich wirklich nicht mehr objektiv. Ich glaube, der könnte wirklich einfach vor mir hinhusten. Macht auch keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall. Also auch von mir super, super gewagter, nicer Sound anderer Film. Gianni auf dem Ding und vor allem auch der Beat-Switch da wirklich in der Mitte zu den einzelnen Parts passend. Ist auch geisteskrank. Halte ich für ziemlich smart. Trotzdem in der gleichen Atmosphäre bleibend irgendwie. Und auch von mir ein Dope-Business für das Ganze. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr sick. Hat sehr viel Spaß gemacht so. Welcome back. Chat, ihr seid auf jeden Fall schon am Steesen. Okay, 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 okay. Was gibt es hier? Natürlich Dope ist es, Dope ist es, das Fuck gibt es. Dope ist es, das Fuck, Dope ist es. Ja. Ihr habt doch alle mal wieder einen wundervollen Geschmack. Ja. Deswegen dürft ihr auch alle bleiben. Das Fuck gibt es, das Fuck ist ein wenig. Du bist der ganze Freude.